Achtung, so ein verrückter Vogel, guckt euch das an. Riesenstücke tut er da rein. Wie er heißt, muss ich gleich mal nachgucken auf Deutsch. Also wir haben dieses Häuschen gebaut, eigentlich um einen ganz anderen Vogel hierher zu locken, aber der kam nicht, der dem wir wollten. Und naja, ist ja nicht schlimm. Er baut also jetzt einen Vogel. Den Namen schreibe ich euch dann drunter, weil er mir auf Deutsch im Moment nicht einfällt. Auf Englisch heißt er Curved Bill Thrasher. Und er baut also schon zwei Tage lang. Und wir amüsieren uns schrecklich, weil er immer so Riesenstücke bringt, die er dann fast nicht reinkriegt. So, mal sehen, wie lange er braucht, bis er wieder rauskommt. Das Ding hängt also ziemlich weit oben im Baum. Da ist das Steven mit der Leiter hoch neulich. Tja, er baut noch. Er kommt noch nicht wieder. Mal sehen, wie lange er braucht. Oder sie? Na, kommst du wieder raus? Ja, sage mal. Tja, der macht sich's da drin gemütlich. Komm. Aha, ich sehe etwas Bewegung in der Öffnung. Ich sehe einen Kopf. Aha, da kommt er. Jetzt fliegt er weg und holt noch was Neues. Süß. Ach, wie süß. Goldig. Okay, tschüss.